So, und jetzt komm mal wieder hier zu Come On, also Let's Chicken Come On. Wir werden mal ganz schnell durchgehen. Ich hatte bei einer letzten Aufnahme schon sehr gut was geschafft, bin einmal komplett durchgekommen, beim letzten Level dann abgekackt. Aber die Aufnahme wollte dann nicht mehr so wie ich. Das Problem bei der Aufnahme war einfach, ich hätte nach der Hälfte überhaupt kein Bild mehr. Sehr komisch, sehr ärgerlich, aber wir machen einfach mal weiter. Ich meine, das wirft uns ja nicht weit zurück. Da hat er einiges Problem auch hier mit dem Hühnchen. Ihr seht ja, das ist kleiner geworden, aber auch gleichzeitig schneller und auch schwieriger durch das Schnellere. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen angenehmt und ich werde jetzt auch noch so durchrushen. Ich werde vielleicht höchstens fünf Partie davon hochladen, wenn überhaupt. Und das muss nicht lange dauern, also... Das ist ja eher so ein bisschen jetzt Show, ich will hier nur eine kleine Anregung auf manche Spiele geben. Manche kann man halt dann mit mehr Sachen durchspielen. Scheiße. Tut mir leid, aber das ist jetzt blöd gelaufen. Das kann ich nicht mehr schaffen. Schade, schade, schade. Holen wir jetzt mal aus. Also bei sowas muss man immer aufpassen, dass man nicht an die roten Sachen gerät. Das ist nicht immer einfach. Dann hauen wir mal hier rechts weg. Fällt da jetzt alles um. So, ich mache das jetzt bevor ich zu einer weiteren Probe muss. Ein zweiter Ensemble, in dem ich bin. Was heißt Ensemble? Auch nur in einer Gruppe wie jeder andere. Ja, für alle, die es nicht wissen, ich bin Musiker. Ich spiele Posaunen. Das ist normal. Naja, das ist ja so eine Sache. Hat mich mein Cousin mit angesteckt. Der hat auch Posaunen gespielt. Und ja, im Verein war es besser. So, aber hier kann man sehen. Wir sind hier wunderbar dabei. Es geht im Moment ganz, also recht schnell wieder. Das sind ja die ersten Levels, da geht es ja generell immer schnell. Bei dem letzten Level habe ich, äh, doch, ich bin der letzten Aufwand schon gesagt, da werde ich, denke ich mal, wenn ich es jetzt im Moment nicht schaffe, in diesem Durchlauf jetzt zum Beispiel, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal ein paar hochladen, indem ich das dann die ganze Zeit versuche. Ich denke mal, da werde ich wohl alles packen können, dass ich das in einem Part mache, dann 15 Minuten probieren. Ich habe ungefähr mir jetzt schon so eine Taktik ausgedacht, wie es funktionieren könnte. Und der sich bis jetzt auch schon einmal bewährt. Aber ihr habt es halt noch nicht gesehen. Äh, also, da wird es jetzt eigentlich mal keine großen Probleme geben. Und ihr werdet nicht mehr noch Spaß haben, wenn ich dann am Feilen bin. Wir gucken schon, wie lange die Aufnung wird. Also, das Video dann, das wird dann wahrscheinlich Part 5 sein. Das hier werde ich in zwei Parts aufteilen. Ähm, als muss, äh, das ist echt nur so eine kleine Anregung, wie man es machen kann. Ähm, halt wie das Spiel so ein bisschen funktioniert. Und der Rest ist Glück. Und das habe ich hier gerade eindeutig nicht. Wie man vielleicht gesehen hat. Gut. Dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt durchkomme. Das wäre eine... Sehr von Vorteil. Ja. Na, 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 na. So. 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 Gut. Dann hätten wir das auch. Dann sind wir hier im nächsten Raum. Kommt. Oh. 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 Das war aber jetzt eine knappe Sache. So. Wo geht's hier weiter? Hier geht's weiter. So. Machen wir das schön. Machen wir das ganz droll. Machen wir das. So. Machen wir erst mal mit einem Schlag alles kaputt. Können das hier auch. Und dann schießen wir hier nochmal. Das war Fail. Das war Perfekt. So. So. Machen wir das ja auch mal schnell alles. Ich finde es schade, dass man hier kein Extra-Leben kriegen kann. Aber das ist ja sowieso nur so ein Minispiel eigentlich. Das man genau nimmt. Na. Ja, das wird als Fade eingestuft. What the? Na, Glück gehabt. Hier mache ich's auch nicht rein, soll, weil ich jetzt mal, so, dann baue ich einfach mal rein. Genau so. Und dann geht's hier auch schon weiter. Genau. So, und dann hauen wir das hier hinten mal hoch. So, damit's da drauf fällt, wir hier oben noch ganz wenig schießen müssen. So, das auch. So, das auch. Dann schießen wir hier gegen. Ah, das ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen. Das ist besser noch müssen sogar. Nicht können, sondern müssen. Aber naja, gut. Da werde ich wohl noch einmal einen Schuss abgeben dürfen. Ach, ja, genau so ist es. Das heißt, warum... Dann können wir hier schon entlanglaufen. Hier hinten gucken. Ach, guck mal, das kann man sogar umwerfen. Das hauen wir hier dagegen. Und machen auch einfach gleich mal weiter. Also, ihr seht, es geht wieder... Es geht so recht schnell. Das ist wirklich nur ein Zwischendurchspiel, wie ich in dem ersten Part, glaube ich, auch schon gesagt habe. Das macht wirklich Spaß. Also, meine Hölzer geht es vielleicht nicht an, aber ich komme auch gerade aus der Schule, da... Ist das egal. Das war ein noch größerer Fail, als ich dachte. Gut, du bleibst hier oben. Ja, und das noch weg. So, jetzt kann es weitergehen. Du füllst noch da um und hauen dich da mit weg und laufst noch fast selbst rein. Das wäre jetzt nicht von Vorteil gewesen. So, das ist auch da runter. Dann machen wir das hier weiter. Bofel! Zack, Glück gehabt. Kommt, können wir einfach so reinhauen. Hauen wir hier auch nochmal rein. Hauen wir erstmal fast alles rum. Glück gehabt. Okay, wir sind nämlich nicht mit so viel Frames auf dabei. Mache ich gerade gar nichts Besonderes bei mir am PC. Ich denke mal, das sollte alles im Bereich des Möglichsten sein. So, das haben wir auch um. Das haben wir auch um. Das ist erledigt. Also ich versuche das wirklich gerade schnell zu machen, weil ich... Ähm... auch nicht mehr so viel Zeit habe, um das Ganze zu schneiden und hochzuladen. Denn... Der erste Part hat uns sage und schreibe zwei Stunden zum Hochladen gebraucht. Kein Scheiß. Zwei Stunden. Ich wollte am Montag eigentlich früh ins Bett... Ja. Also nicht groß geworden. Ich bin dann um halb eins ins Bett gekommen. Weil ich noch die Parts hochladen wollte. Ja. Ich weiß, vielleicht nicht gerade das Schlaueste, aber... Ich war wacher als heute Morgen, wo ich... Keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe. Könnte ich mich nicht mal daran erinnern. Ich glaube, ich habe so... sechs Stunden geschlafen oder so. So, das war jetzt eine kleine Unterbrechung. Da habt ihr jetzt wahrscheinlich einen Schnitt gesehen. Ähm... Und wir machen einfach mal weiter. So. Ich bin hellwach. Das haben wir auch noch irgendwie um. Ach, das geht sogar. Gut, dann haben wir hier weiter mit. Da haben wir schon fast alles um. Zack. Oh, zack. So. Unsere Lieblingskarte, wo wir beim letzten Mal gescheitert sind. Na, jetzt muss ich auch mal so ein bisschen aufpassen. So, dann fliehen wir mal ein bisschen hier hoch. Ich muss es werden zwei, zehn Minuten Parts, weil länger als 15 Minuten kann ich nicht hochladen. Wie ist das, darf ich nicht hochladen? Ja, wir packen das. Einmal fast alles umgesetzt. Wunderbar. So. Bonusraum. Hier ist irgendwo noch einer. Ah, da ist er. So. Dann nehmen wir uns mal wieder den Grenade Launcher. Und fehlen hier auch erst mal ein bisschen rum. Ist aber gut drüber geflogen, muss ich sagen. Der war nicht schlecht. So, ich kann jetzt natürlich auch da oben die Sachen benutzen, aber das dauert mir jetzt gerade ein bisschen zu lange. Ah, da kommen wir sogar schon die ersten runter. Aber, das war vielleicht nicht so schlau. Ja, das dürfte es dann gewesen sein. Das dürften wir eigentlich nicht mehr packen. Na, das sieht knapp. Oh, das war wirklich knapp. So, dann fliegen wir mal hier durch. Ich muss wirklich mehr aufpassen. Hier müssen wir die Wand benutzen, anders geht's gar nicht. So, wir fliegen hier mal durch. Das geht nämlich schneller. So, dann fliegen wir ganz weit nach oben, weil hier oben ist irgendwo auch noch eins versteckt. Genau, hier. So, dann müsste hier irgendwo noch eins sein. Da ist eins. Und dann müsste... Hier ist keins. Hier ist noch eins. So, dann haben wir das auch erledigt. Ach, das sieht man an den letzten Raum. Hier seht ihr schon, das wird schwierig. Oh, da haben wir jetzt aber, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Das ist selten, dass ich noch einmal einen mit umhauen kann. Dann versuche ich das jetzt mal. Wenn ich das jetzt hier schaffe, dann fahre ich das mit dem Let's Play. Das werden wir jetzt noch sehen. Ah, schon Fehler gemacht. Das ist nämlich das Problem. Man muss immer gucken. Man muss immer ein bisschen auf die Markierung dann achten. Ja, also eigentlich wäre es dann immer so. Allerdings funktioniert das jetzt im Moment nicht. Da wir auch nur noch ein Leben haben, dürfte es das für diesen Versuch gewesen sein. Ich werde dann noch irgendwann ein paar Tuchladen, da werde ich dann die ganze Zeit versuchen, diesen Raum zu schaffen. Denn ich kann auch gleich vorspringen. Nochmal gefehlt. Nun gut, naja. Soweit das hier. Also es kommt spätestens am Samstag nochmal ein Part, wo ich das dann die ganze Zeit versuche. Und dann wurde ich auch mal in der Geschichte mal geschafft hat. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Und ciao.